So, grüß euch zu einem neuen Video, ich warte es nach Mario, werde das schnell was erledigen und dann gehen wir los nach Heddinglech raus zum Tworkstop und da treffen wir uns mit Stefan Zellweger und dann werden wir gut essen gehen, das ist mein Lieblingsrestaurant, der Sams, die ist das hier in Winnipeg kann ich nur jenen empfehlen, der was einmal herkommt und die deutsch-österreichische Küche nicht vermissen will, der geht zum Sams und ja, wie gesagt, Mario kommt eh schon Jetzt muss ich kurz aufhören und dann melde ich mich noch mal an den Preis Mario nehmen sie noch seinen Vitaminstangen seinen Vitaminstangen raucht er noch Also ab dann gehen wir es an zum Praxstop Academy von Stefan Zellweger Ein bisschen was für das Lingel da, Speichel Bist du da gebladen wie ich? Bist du da gebladen wie ich? Jetzt geht's los zum Steve Zellweger Zellweger So, die Flotte gecleaned Einwandfrei Ich fahre nicht Ich fahre nicht zum Gescheidern tun Scheiße, ich bin noch nicht in den Abel Markus, Radlos Ja gut, die Radlos Ich weiß nicht, dass das alles gut ist Die konnten sie auf der Range Road probieren Nein, das fand ich nicht Finde ich ja nicht uns hier auf der Range Road Ich fahre nicht Polizei Aber ich bin gestanden Ich bin gestanden, umgekehrt gefahren Wenn es da oben kommt, dann bei der Treiz Dann sage ich Ja, du kannst da oben sein Okay, da war ich Da war es gar nicht diskutieren Da war ich jetzt oben Ich bin schon ein Phantom Der hat übrigens originale Daddy Bear 1 Was der Johnny Hill nachsingt War ja auch die Originalversion davon Oh, komm Das ist ein gescheites Liedl für mich Den habe ich damals privat getroffen in Johnny Hill Also das war ein privates Trucker-Treffen In Österreich Weil ich wollte meine Kirche da draußen In der Portola-Gegend Ja Vom Erwin Filter In diesem Sinne, Servus Erwin Ich hoffe, dir geht es soweit gut Und da war der Stargast Im Johnny Hill Wow Ich habe leider nur einen Traumaster gesehen Am Nürburgrün Aber auch kein schlechter Der ist sicher schon über 80 Der ist sicher schon über 80 Aber der hat auch schön Ja War gut Der Traumaster ist super Hallo, guten Morgen Deutschland Ich wünsch dir einen guten Tag Wärme auf, sonst sind ich voll und da wieder alle weggekommen Weil das grenzt bei mir ein Körperverletzung Aber deine Follower sollen ja wissen, dass wir es vielleicht auch ab und zu singen Die Truckers Wenn uns langweilig ist Wie gesagt, ich kann kein Playball werden Und ich kann nicht singen Weil dabei hätte man alle verhangen Ja St. Bonifest ist da, wo der Markus dieses Video gehabt hat Wo er am Hospital mit der Luft abgedruckt hat 6 Stunden lang 150 Fuß geschlachtgedeckt Ja, das wirst du auch mal haben Wenn der Tank weiter oben ist Musst du einfach zuerst den Truck aufbauen gescheit Ja Aber immer zuerst vom Motor aufbauen Weil dann kann es sein, dass du von dem Truck drin hast Das ist unmöglich Diese Brücke ist als erster da Und da ist es oben zum Krankenhaus gegangen Sie gesehen, da drinnen war ein Restaurant früher Ah ok Ja Also das Museum ist auch längst Aber es hat jetzt so ausgeschaut Wie wenn es rechts war Genau Nur für die Zuschauer Rechts Von der Kamera aus Jetzt ist es wieder links Das andere rechts Genau Das Human Rights Museum Das sollte ganz cool sein Ja Und jetzt wird schon Downtown Minipack Der ist sehr bekannt Dieser Stadtteil bei den Kanadiern Für Kinderunterhaltung Erwachsenenunterhaltung Sprich Gemütliche Abendbars Gutes Essen Ruhiges Zusammenleben Wer es weniger ruhig haben will Hier muss noch Mordend gehen Oh ja Mit sehr günstige Wohnungen Hier Jetzt hast du ein Blöcher Camp Man Für den Food Club Ich glaube das große Gebäude wo BMO steht Das ist eine Bank So viel wie ich das weiß Ich glaube Ich glaube Da ist das National Bank Gebäude Irgendwann ist eine Bank Wird jetzt nicht groß Muss ich ganz ehrlich sagen Da links glaube ich Steht eh oben drauf Das ist das große Das kosher Bank Genau Und da links Wo der Soldat steht Ich glaube Das ist da Ja genau Da ist der Soldat Ich weiß nicht was da oben steht Aber ich glaube das ist irgendwas mit Bank zum Royal Bank Ich habe gesagt die Homeless People gibt es dazu genüge Steht auch nicht mehr auf die Kreuze Und wir fragen um ein paar Cent Die sind aber nicht penetrant Also Wenn mir einer nichts gibt Das akzeptieren sie genauso Wie wenn es einer was gibt Hier ist das Winnipeg Jets Eishockey Stadium Und da war die Fan-Mile Bevor jedes Spiel beginnt Jetzt kommt die Air Force Mit ihnen Jets Mit ihnen drei oder vier Stück Fliegen über das Stadion drüber Rüber Wie der Markus immer sagt Schön sprechen Schön sprechen Rottie In der LKW Ich lasse immer viel Platz Weil es hat von kurzem einen schweren Umfeld gegeben Das ist eine Kopfbedeckung in einem Fahrer Man hat den Bank einmal aufgeblasen Und dann habe ich den einen Mann am Helfer Aufgeschoben Einfach nur schön Das ist hier was ich so lieb in Kanada Überall wehen die Fahnen Dieser Nationalstolz Dieses Einfach nur schön Brauchst du dich für die Fahnen nicht verstecken Gibt es dich denn noch wo man sich für die Fahnen verstecken lassen? Ja Der war jetzt böse Unzweideutig Oh ja Also Österreich ist schon mal nicht Er ist halt Nachbarbereich Jetzt bin ich auf den Shitstorm wieder gespannt Shitstorm braucht keiner geben Weil ich bin selber Deutscher Und Dann sag's ich halt Hahaha Schau mal wo er sich hingestellt hat Der Stefan Mit seinem Moulin Rouge Das ist der Name von seinem Trak Moulin Rouge Moulin Rouge Moulin Rouge Weiß gar nicht Wer oder die? Die Moulin Rouge glaube ich Ja Moulin Rouge Ja Moulin Rouge Die Moulin Rouge Und dann noch was? Ja. Und dann noch was? Und dann den Raus wurde ich gefunden. Das gab ja so. Das war ja so. So, das ist ein weiteres. Das war ja so. Ich bin Stefan, Mario. Freut mich. Also, ihr zwei. Autogrammstunde. Werbung. Wir haben es aufgenommen und haben gesagt, wir treffen Stefan Zellweger und Fricka Ellen. Du steckst auch noch beim Scheissen, oder? Das glaube ich nicht. Aber richtig knapp gestern reingekommen. Ja, mit der Zeit. Aber richtig. Wieder 1221 km. Ja, das ist Hurst. Husky Hurst bis hier. Aber ich habe ihm Sorka schon gemacht. Auf den Weg aus. Letztes Wochen sind wir hier. Also 1300 habe ich noch nie geschafft mit meinem. Nein, das schaffst du nicht. Aber 1268. Ich würde behaupten, vielleicht schaffst du es, wenn du wirklich Winnie-Bag-Cowdry fahren kannst. Böse und böse. Ja, aber dann bist du wirklich froh. Ja, das läuft aus. Aber im Endeffekt. Ich glaube, 1268 km. Ja, genau. Man darfst nicht vergessen. Was sind das? Eine Stunde? Ja, mit dem Perimeter vielleicht eine halbe Stunde. Wo du übrigens im Autobahn hast. Der Rest ist alles Landschloss. Außer von Kenora ein Stück bis Winnie-Bag. Da hast du auch wieder geteilt vom Highway. Ja, eben. Zwischen hier und Kenora, oder? Aber sonst? Sonst ist alles Landschloss. Ja, bei Thunder Bay noch ein bisschen. Killer-Highway ist das. Aber ich sage immer so, das ist nicht tragisch, wenn du selbst der Killer bist. Aber das Ding ist, das Krasse ist ja wirklich eigentlich inoffiziell, also offiziell ist ja 90 kmh, aber inoffiziell ist ja 100 kmh. Der Rf hat mir nur aufgeblinkt, ist aber weitergefahren. So auf der Oberfläche. Mit 103, ja. Mit 103, ja. Das war in der Kenora. Ja, ja, krass. Ich habe nie Probleme gehabt. Ich bin schon mit 105. Da sind wir schon jegliche Mal in die Polizisten EG gekommen. Ich habe schon mehrere Mal Preisse gemacht in Thunder Bay. Weil wenn du nämlich gerade ausfährst in die Stadtfahrt, hast du eine kleine Husky. Das ist total top. Ich finde die top. Die ist klein, das hat dir wie für 2011 von uns Platz dort. Die haben Duschen dort. Du kannst die Wäsche waschen dort. Das hat dir ein kleines Husky-Restaurant. Okay, okay. Wo du morgens frühstücken kannst. Hinten dran ist der Superstore. Dann hast du Applebee's, Montana's und Keck hast du gleich in Walking Distance. Die sind wirklich nicht weit weg. Es hat hinter dem Truckstub noch mehr in einem Gar, aber die ist mal offen, mal zu. Das ist immer so hit and miss. Und wenn du ein bisschen weiterläufst, hast du noch Home Depot, Canadian Tire, das ist alles mehr oder weniger ein normaler Walking Distance. Es ist wirklich weit weg. Packen wir sie jetzt an? 20 Minuten, so etwas fahren wir. Passt ja. Ich wollte noch die Schuhe messen, aber wenn ich jetzt sehe, du hast diese Crocs an. Das sind meine Arbeitsschuhe, bitte. Ja, das sind auch meine Arbeitsschuhe. Aber da waren auch die Cowboy-Booten. Es ist gewiss. Es ist gewiss. Und jetzt gibt es einen guten Schnitzel. Hi Mario. Aber sowas schon. Kein Fondue. Nein. 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 Das kann man gerade machen. Kann ich? Nein, ich gucke das. Ich weiß nicht, was ich nicht bitte. Der Matsch. Ich weiß nicht, wie viele told me, was du denn machst. Okay. Guck. 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 Abweche. Guck. Bisschen GrSihe. Guck. mehr bags mit der Men playing gentleman. Na, hoher. wildly. Wiel encourage. Bei votre Purchot zu depart. Bei себе Purchot zu Capcast. Sie ist nur mitEMDR succeeded. Bei reinforce mitf WatchingEEhe erleden. 和clauts zufried. nach Nebel zu einem Platon, Für mich ist es ein Klasse 4-Schnitz mit Schöpfe. Schöpfe? Ja, bitte. Können Sie ein bisschen Cheese auf das? Nein. Wenn du die Cheese-Schnitz hast, dann kannst du die Cheese-Schnitz. Passeig-Bisch. Das ist ein Klasse. Das ist ein Klasse. Das ist ein Klasse. Wir wollen die Cheese-Schnitz, aber... Ich weiß nicht, du kannst die Schöpfe und die Cheese-Schnitz und die Cheese-Schnitz. Es ist nur, dass du die 49 Euro für die Cheese-Schnitz und die Cheese-Schnitz. Nein, dann nur die Geschwenz-Schnitz. Die Regular Cheese-Schnitz. Ja, ja. Okay. 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 So, hier ist es. Hallo. Hallo, hier ist es. Ja. Hallo. Hallo. Hallo, Sie haben Sie eine Grembe. Sie haben Sie eine Grembe im Klang. Ja, wir haben Sie eine Grembe. Na ja, origin. Nein, nein, nein. Nein, nein. Mann, nein, nein. worde, weiße. Das, was war der Mann? Nein, das war das. War ich, das war das war nicht. Nun, das war es. Na und, das war es. Ich habe die Meter. Was gut ist, das war es, so bitter. Ich hab es nur dasführlich. Es ist ja nicht so sehr gut. Ich habe da meine Grembe. Es hat ein kleines bisschen Branche und Pfundfleisch dreht auch. Bei uns gibt es das. Das ist ein kleines bisschen Branche und Pfundfleisch dreht. Das ist ein kleines bisschen Branche und Pfundfleisch dreht. Das ist ein kleines bisschen Branche und Pfundfleisch dreht. Das ist ein kleines bisschen Branche und Pfundfleisch dreht. Stimmt, das ist ein kleines Branche und Pfundfleisch dreht. Das ist ein kleines Branche. Vielen Dank. Schein, oder? Aber ich meine, ich muss ja niemandem das beweisen. Ich muss einfach für mich schauen, dass ich durchfahre, dass alles passt für mich. Ja, das muss jeder, ja. Und ich bin ja überhaupt nicht so, dass ich sage, ich helfe niemandem. Wenn mir natürlich irgendwelche Anfragen kommen, ja, weisst du, wie ist es denn, ja, ich habe mal ein Video gemacht, wo ich das meiste erkläre, für viele ist dann schon, ja, okay, dann passt es nicht für mich. Ja, das Geld dann teilweise vorstrafen, dass es auch dazukommt. Und das andere ist natürlich das Englische. Und weisst du, ich bin ja auch nach Kanada gekommen und ich konnte ja kein Englisch. Aber ich bin auf einer Farm, in the middle of nowhere gewesen und mein Chef war Holländer. Ja. Wenn ich was nicht verstanden habe, hat er es mir auch vorländisch gesagt, ja, okay, so habe ich gelernt, Englisch zu reden. Oder? Ja, ich habe nicht nur Ländisch gemacht. Ja. Gerade die minimalsten Dinge. Basic halt, ja. Aber ich meine, es ist schon möglich. Du musst halt einfach, du musst Geduld haben, du musst, und vor allem für das, was du dann machen musst, jetzt mit den ganzen Mailprogrammen und so weiter und so fort. Du musst das Vermögen, dass du dir in der Zeit kein, also ich weiss ja nicht, als Firmen zahlen das. Ich weiss nicht genau, wie es beispielsweise bei Big Freight war oder so, keine Ahnung. Haben die das Mailprogramm bezahlt oder nicht? Ja. Aber dann musst du zurückzahlen nachher. Ja, das wird uns aber keiner gesagt. Ja eben, das ist eben auch so etwas, oder? Und dann arbeitest du für einen Apfel und einen Ei, oder? Das ist jetzt wieder hingegen etwas, was ich geil finde, wenn du zum Beispiel in Quebec unterwegs bist. Schau mal in die LKW, die entgegenkommen, die winken dir alle. Die sind alle weiss. Und du merkst aber auch vom Fahrverhalten her, die fahren normal, die fahren anständig, respektvoll, alles drumherum. Da wird auf die Dörfer, wird nicht gerast und so weiter und so. Das sind alles normale Typen. Die wollen nur noch diese Doppelzwicker als Fahrer, oder? Aber jetzt haben wir ein super Team zusammen. 15 Step-Deck und 10 Schwerlast. Super Team zusammen, professionelle Fahrer. Wir haben wirklich keinen Scheiss-Fahrer mehr. Ich meine, teilweise vom Typ selber her, wo du vielleicht nicht auf der gleichen Ebene bist. Aber das hat ja mit seiner Professionalität nichts zu tun. Wir sind trotzdem noch gute Fahrer, bringen gute Leistung und bringen guten Service am Kunden. Dementsprechend können wir auch die Fuhrpreise hoch halten. Aber das sind alles Sachen, die müssen harter arbeiten werden. Und da reicht ja genau einer, der dir komplett alles ins Loch reissen kann. Na ja. Oh, das ist doch. Da geht's wieder hin. Na ja. Na ja. Na ja. Na ja. Na ja. Hahahaha. Hahaha. Ich weiss aber nicht, ob es mit der Halbdruck ist. Es ist auch ein neues Auto nicht, sondern das ist die Frage, dass es überhaupt den Weg kommt. Weil es schneidend war, es geht um den Kriegslaufwand. Und wir hatten alle Entricks mit einem Nachbotton. Ich hab noch mal, ja klar, da war es zwei. Wenn ihr den mir wegnehmt, dann bin ich weg. Ja sicher nicht, aber doch. Es gibt noch andere Firmen. So, willkommen aus der Urlaubszeit. Das war das Video mit Stefan Zellwedder. Mal was anderes gewesen. Mario hat es auch gefreut, dass er ihn getroffen hat. Stefan und ich sind gute Freunde. Wir telefonieren regelmäßig zusammen. Und wenn es passt, wie man sieht, gehen wir halt was essen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Video. Bleibt's geil. Ich tschau, pfiert euch. Bye, bye, bye.